Ich hatte eingangs schon versprochen, eine besondere Panate herzustellen. Mehl braucht man nahezu immer für die Panate. Und was man auch fast immer braucht, ist ein Ei. Und es paniert sich immer leichter, wenn man an das Ei etwas Flüssigkeit zugibt. In dem Fall ungesüßte Sahne. Ei und Mehl, gut, nicht weiter verwunderlich. Aber ich habe da noch was Tolles. Hier eine Körnermischung. Jetzt kann man, je nachdem, die Körner nochmal mit dem Mösser zerkleinern. Aber ich lasse sie einfach mal ganz. Mehl ist dafür da, damit das Ei gut dran bindet. Dort können wir es auch dabei etwas liegen lassen, unser Fleisch. Da kann nichts dran passieren. Und wenn dann die Pfanne soweit fertig vorgeheizt ist, wird es gebraten. Ah, gibt schon schöne Farbe. Das ist gebraten.